Das hat Martin Andersen gerade wirklich par excellence gemacht. Das hat Martin Andersen gerade wirklich par excellence gemacht. Aber ja, der Passe war sehr hoch und ich habe mich als Fahrer entwickelt. Die Konstanzi ist vielleicht die Karte für dieses Jahr für mich. Wir haben nicht die schnellste alljährige, aber wir haben die Podium jedes Mal gemacht. Ja, es ist fast eine Skandinavische Karte. Ich und Jessica sind da vorne, und es gibt nicht so viele Deutschland in der Oberfläche. Ja, es ist ziemlich schwer zu sein, dass eine Frau in einer Räsenkarte ist, aber... sie macht einen tollen Job, weil es nicht so easy zu gehen als eine Frau gegen alle anderen Männern. Die Saison hat viel besser als ich erwartet, glaube ich. Nach der Saison war mein Ziel, mein Ziel war meine erste Wunschung. Ich habe das bereits in der ersten Räsen. Es ist Jessica Backmann, die Räsen 1 gewinnt. Wenn die Helmung kommt, ist alle das gleiche. Ich liebe es, und ich bin froh, dass ich eigentlich beat die Leute kann. Es ist eine gute Karte, wo man sichern kann, dass man ein bisschen fahren kann. Es ist ein guter Karte, wo man sichern kann, dass man ein bisschen fahren kann. Es ist das, was das ist ganz nett. Es ist ein tolles Karte, wo man sichern kann, dass man hier in dem Karte zu machen kann. Ja, das ist ein tolles Karte, wo man sichern kann. Es ist das, was ich, was ich da hatte. Es ist ein neues Karte.